Wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Wenn du nicht selber morgens aufstehst und dein Leben selber in die Hand nimmst, das wird niemand anders für dich tun. Sehr wenig Staatsruf war so in mir aus, wenn was nicht funktioniert, muss es die Politik richten, sondern eher so ein bisschen der Glaube daran, jeder von uns kann das eigentlich selber in die Hand nehmen. Und natürlich ist das eine privilegierte Sicht, weil nicht jeder kann sein Leben selbst in die Hand nehmen. Dafür brauchst du ein gewisses Maß an emotionaler Stabilität in deinem Elternhaus und auch an Rückenwind, gar nicht finanziell, sondern vor allen Dingen auch mutmachend. Also dass, wenn du dann eine tolle Idee hast, die erstmal aber auch ziemlich naiv ist, jemand dich schubst und sagt weiter, statt dich zu bremsen und zu sagen, willst du darüber nicht nochmal nachdenken. In dem Moment hat dir ja keiner einen Brief in die Hand gegeben und gesagt, super, dass du jetzt gescheitert bist, das muss man auch als Unternehmer und irgendwann wirst du sehen, bringt dir das was. Sondern in dem Moment ist es einfach ein Misserfolg. Und die, die von Anfang an gesagt haben, das kann ja nichts werden, haben recht. Und deine Kommilitonen sind inzwischen alle Associate bei McKinsey und JP Morgan und machen alle Karriere und du stehst eigentlich wieder am Start. Und das, was mir aber zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen klar war, war, wenn ich das nicht nochmal versuche, dann war alles umsonst. Weil dann sind die ganzen Learnings, die ich gemacht habe, nichts wert, weil der nächste Corporate wird mich nicht einstellen, weil ich Learnings habe, wie man gut scheitert. Sondern eigentlich wird das nur in meinem nächsten Unternehmen einen Wert haben. Und insofern hatte ich irgendwo im Hinterkopf, irgendwann muss ich das normal machen, aber jetzt muss ich erst mal wieder klarkommen. Ich muss wieder Geld verdienen, ich muss wieder meinen Lebenslauf irgendwie auf die Spur bringen. Und auf der anderen Seite, wenn du einmal die Erwartungen enttäuscht hast und nicht nur die deines Umfelds, sondern auch deiner eigenen, dann hast du mehr Freiheit in deinen Gedanken. Also wäre ich diesen Weg nicht gegangen, wäre ich wahrscheinlich sehr stark auf der rote Fadenlinie geblieben. Und so war erst mal das Spielfeld offen. Denn das zahlt sich so sehr aus, wenn man die Hand hebt und sagt, ich bin mir hier für nichts zu schade, schieß mich hier durch die Organisation, ich mache alles mit. Weil das vermeintliche Mädchen für alles sein, dreht sich sehr schnell in Geheimwaffe sein. Wie können wir das, was wir jetzt hier machen, noch auf ein internationaleres Publikum ausweiten, Kinderspielzeughersteller, alle einladen, damit die das auch sehen. Und so sind wir auf Haber aufmerksam geworden oder die auf uns. Und dann haben die sich an unserem Unternehmen beteiligt mit 89 Prozent. Ich habe noch 11 Prozent. Mein Co-Founder ist rausgegangen zum Zeitpunkt des Verkaufs. Und dann haben wir mit denen eben die Digitalwerkstätten entwickelt, weil die Aufgabenstellung an mich war, bitte bleib Unternehmerin, wir vertrauen dir und geben uns sozusagen hier einen Handshake. Du kriegst eine lange Leine und dafür machst du aber weiter wie bisher. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass die Startup-Szene nicht nur ein Hype ist, der zwei, drei, vier, fünf Jahre etwas aufbaut, dann verkauft und am nächsten Tag sind die Gründer weg und sagen, sorry, jetzt ist mir langweilig, jetzt mache ich etwas Neues. Sondern das muss schon werthaltig sein, was da entsteht. Denn sonst ist das ein vorübergehendes Phänomen, was ein paar Leute reich machen wird, aber dann spült das jetzt nicht auf Deutschland Innovationskraft über. Und insofern war mir das ganz wichtig, Haber ist ein fränkischer Mittelständler, das ist jetzt nicht ein chinesischer Großkonzern, wo jetzt meine Loyalität vielleicht ein bisschen niedriger wäre, dass das ein Erfolg wird. Und als die dann die Aufgabe gestellt haben, denkt ihr mal das nächste aus, da kam mir eben die Idee, wir haben zwar tolle Apps entwickelt, aber eigentlich bringen wir den Kindern nicht bei, Gestalter dieser neuen Welt zu werden. Sie sind einfach gute Konsumenten. Und was wäre, wenn wir Orte haben, wo sie programmieren, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm und die Zukunft lernen, wo morgens die Schulen kommen und nachmittags private Kurse angeboten werden. Und das waren die Digitalwerkstätten, die habe ich 2016 praktisch gepitcht beim Vorstand und die haben Ja gesagt und dann haben wir in Berlin ein Prototyp eröffnet und jetzt haben wir zehn Standorte in Deutschland, Leipzig, Hamburg, München, Frankfurt, Bielefeld und noch vier weitere und jetzt in Zukunft kommen Stuttgart und Düsseldorf als nächstes dazu. Und was mich daran so glücklich macht ist, es ist so selten, dass dieser Match von Startup und Mittelstand oder Corporate wirklich zu was Neuem führt. Das hat es im Fall von Adidas und Runtastic gegeben, das funktioniert im Fall von Kitchen Stories und Bosch und das funktioniert bei uns und das sind so gute Blaupausen für den Mittelstand und die Corporates aufzuwachen und sich zu trauen, in die Startup-Szene zu investieren, denn wenn sie es nicht tun, dann tun es die Amerikaner und die Chinesen. N26 ist Richtung Softbank und Richtung China shareholder-mäßig abgewandert, Flixbus, ausländische, also außereuropäische Investoren, Get Your Guide, außereuropäische Investoren, Auto One, also unsere ganzen Unicorns gehören uns eigentlich nicht mehr. und das liegt daran, dass wir in Deutschland erstens nicht mutig genug sind, in solche Unternehmen zu gehen und zweitens nicht genug Mittel haben, weil wir unsere Pensionskassen und Versicherungsgelder nicht in dem Bereich anlegen dürfen, was viele andere dürfen. Also insofern müssen unsere Fonds größer werden, damit wir solche Unicorns hier halten und wir müssen Startups an unsere Mittelständler und Corporates verkaufen und sie dann aber auch erfolgreich machen, damit sozusagen wir alle davon profitieren. Was würde ich den Leuten mitgeben, die nicht aus einer Unternehmerfamilie kommen? Das kann ich eigentlich wirklich gut anhand meines Mannes erklären. Der ist 44 und hat mit 36 gegründet, zum ersten Mal und hat vorher ein MBA in Entrepreneurship draufgesetzt, also irgendwann mal studiert, dann lange gearbeitet bei Adidas und so und dann mit 32 ein MBA gemacht im Bereich Entrepreneurship an der IE in Madrid. und das war sein Weg, um da reinzukommen. Also diese Vorlesung ist schon mal ein super Weg, wenn man nicht aus dem Unternehmerhaushalt kommt, weil die gab es jetzt so bei mir noch nicht und die gibt es auch noch an zu wenig Unis und schon gar nicht von so dynamischen Professorinnen und schon gar nicht mit so viel Praxisbezug. Also das heißt, das hier wirklich zu nehmen und nicht zu sagen, das ist eine Vorlesung und vielleicht gehe ich hin oder vielleicht nicht, sondern wirklich zu sagen, da gehe ich hin, weil da werde ich wahrscheinlich das relevanteste Wissen für diesen Bereich kriegen. Den Mut, es dann wirklich zu machen, den kriegst du nicht in der Vorlesung und das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn du aus so einem Umfeld kommst, aber den kannst du dir holen. Also es gibt inzwischen so viele Meetups, so viele Konferenzen, so viele inspirational Talks online, wenn du jetzt nicht irgendwo hinfahren kannst, wo man, also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand in den Raum kommt und sagt, ich will eigentlich gründen und alle so, mit dem habe ich jetzt aber keine Lust zu reden, sondern es ist eher ein großes Miteinander, wenn jemand reinkommt und sagt, ich würde gerne, aber ich weiß noch nicht wie. Also mach ein Praktikum in einem Startup in Berlin, dann bist du mittendrin. Fahr mal für eine Woche nach Berlin, setz dich in die Factory, dann bist du mittendrin. Also ich glaube, du musst dann sozusagen Schnittstellen zu Menschen schaffen, die es schon machen. Und dann holst du das nicht 100% auf, aber genug, um dann auch irgendwann zu gründen. Also ich gehe deutlich, ich würde es mal intuitiver ran als ein Project A, weil ich das kann, weil ich ja nicht ein X, 3X, 4X oder so an meine Investoren zurückbringen muss. Und die Frühphase, da fällt natürlich viel mehr aus, aber du hast natürlich auch viel größere Hebel auf dein eingesetztes Geld. Also insofern habe ich jetzt nicht ein Raster, was Industries oder Phasen von Unternehmen nach dem Motto, ich gehe nur in der und der Phase oder es muss mal mindestens schon das und das da sein. sondern ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin investiert in ein Unternehmen, Simple Club, haben vielleicht ein paar von euch mit App Abi gemacht. Es ist eine große App, hier nicken schon welche, große App für Nachhilfe, Chemie, Physik, Mathe und so weiter. Zwei Millionen User in Deutschland, zwei 24-Jährige sind sie jetzt, glaube ich, als sie gegründet haben, waren sie 20. Die machen das so smart, die machen das so gut. Das war einfach so, du triffst die und du weißt, okay, das sind so special guys, die werden das einfach hinkriegen. Und da ist es dann wahrscheinlich so ein Gespür für die richtigen Gründer. Kitchen Stories, eine Rezepte-App, die von Bosch gekauft wurde. In Verena und Mengting habe ich investiert. Da hatten die, ich weiß gar nicht, ich glaube zehn Videos, zehn Kochvideos oder so. Und da habe ich die getroffen in Berlin zum Kaffee. Und dann waren die 24 und 25, hatten an der WHU studiert, hatten eine Leidenschaft fürs Kochen und damit hättest du sie ziemlich schnell in die Ecke stellen können. Zwei 24-Jährige, die gerne kochen, das kann ja unmöglich ein cooles Unternehmen werden. Aber die Videos, diese zehn Videos, die waren so top, notcht, dass du dachtest, da war ein Riesenteam dahinter und eigentlich haben sie sie in Brandenburg in so einem Airbnb-Place gedreht, den sie gemietet haben in so einer Showküche. Und das Video hat 250 Euro pro Stück gekostet. So und das war so dieser Moment, die sind sich für nichts zu schade. Die werden so in der Bootstrapping-Phase schon so viel erreichen, da ist mein Geld mal auf keinen Fall weg. Und deswegen ist es, zu 80 Prozent finde ich die Gründer toll und zu 20 Prozent glaube ich daran, dass das richtig groß werden kann. Aber das kann sich ein VC nicht leisten. Der guckt zwar auch sehr aufs Team, aber der kommt auch sehr stark vom Markt. Und das muss als Business Angel nicht ganz so. Gibt es irgendwas, was ich bereue, wo ich nicht rein investiert habe oder was ich nicht selber gemacht habe? Ja, zwei Sachen, also bestimmt noch zehn mehr, aber jetzt zwei auf deine Frage. Erstens bin ich gefragt worden vor fünf Jahren, ob ich in Lillidoo investieren möchte. Lillidoo macht Windeln. Und da habe ich so gedacht, also ich habe gerade keine Windelkinder. Windeln? Weiß ich nicht. Warum sollen die jetzt eine Chance gegen Pampers haben? Und die so, nee, wir machen aber ein Abo-Modell. Ich so, ein Abo-Modell? Wann sollen die denn wissen, wann ich neue Windeln brauche? Und dann habe ich viel zu viele. Long story short, nein, danke. Das Ding ist ungefähr mal das tollste Unternehmen. Also das hat dann ein Windel-Abo ins Leben gerufen. Aber eins, was du, ach, ich möchte sie doch noch nicht, ich möchte sie erst in einer Woche. Also ein fantastisches Backend. Und die Windeln sind besser, sie sind hübscher, alles ist besser an ihnen. Und die laufen Pampers gerade sowas von den Markt ab oder den Rang ab. Und jeder hätte vorher gesagt, in dem Bereich ist kein Platz. Da sind alle Procter & Gambles und Unilevers schon drin und da muss jetzt nicht ein Start-up kommen und so ein komplexes Produkt nachbauen. Also da wäre ich richtig gerne investiert und in Tonis wäre ich richtig gerne investiert. Für die von euch, die Nichten und Neffen haben, sind diese Boxen, wo du Figuren draufstellst und dann spielt sich ein Hörspiel oder Musik ab. Das ist gerade für sehr, 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 sehr viel Geld verkauft worden. nach irgendwie zwei Jahren nach der Gründung haben sich zwei Väter aus Hamburg ausgedacht und das sind so die Momente, wo du denkst, nein, das hättest du doch sehen müssen, das ist doch so. Also das habe ich investitionsmäßig bereut und gründungsmäßig, mich reizt es schon, kriegt man vielleicht nochmal so eine Gründung hin, die so mega groß wird. Also ich habe irgendwie so einen Stolz auf die Unternehmen, die aus Deutschland heraus so groß geworden sind, weil ich das so cool finde, wenn wir hier auch was auf die Kette kriegen und jetzt ist es natürlich das eine, darüber zu reden, aber es wäre schon cool, wenn mal ein Unternehmen, was so 200 Millionen Bewertung plus wäre, von einer Frau in Deutschland gegründet würde. Also ich weiß nicht, ob ich die Energie noch habe oder die Idee oder es überhaupt möglich ist, aber das würde ich jetzt mal noch so lange als Traum behalten, bis ich dann wirklich alt bin.